Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich die Nell Asa Aktie für euch dabei. Ja, und wir schauen die uns hier als erste Aktie an. Heute fange ich mal rückwärts an. Als nächstes kommt dann nach eurer Abstimmung die Plug Power Aktie. Ich werde eben jetzt die ersten beiden Aktien immer für euch bringen. Angefangen aber hier mit der Top 2. Also da heute für Nell Asa, weil hier doch auch ein bisschen was passiert ist. Und dann kommt natürlich als nächste Analyse heute noch Plug Power. Ich werde jetzt immer schauen, dass ich ungefähr zwei Analysen pro Tag für euch rausbringe. Und genau, und schauen, dass ich dem auf jeden Fall nachkomme und das, was ihr euch wünscht. Wie gesagt, heute schauen wir uns die Nell Asa Aktie zusammen an. Gehen so auf den Chart ein, auf die wichtigsten Infos und was hier so passiert ist. Hier ist ja doch wieder einiges mit dem Kurs auch passiert. Und schauen uns mal so ein bisschen die Jahreszahlen in der Entwicklung an. Ja, und wenn euch mein Video und mein Kanal gefällt und ihr hier noch nicht mit dabei seid, dann lasst doch gern kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, um hier kein weiteres Video mehr zu verpassen und aktiv hier am Kanalgeschehen mit teilnehmen zu können. Würde mich natürlich mega freuen an dieser Stelle. Ja, und dann würde ich sagen, wir starten jetzt mal so ein bisschen mit dem Newsflow zu Nell Asa. Und zwar hat man ja mit den Q2-Zahlen, die vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen rausgekommen sind, wirklich ein bisschen enttäuscht. Man hat recht hohe Verluste geschrieben. Man war ja schon mal in der Gewinnzone, hat jetzt aber wieder Verluste geschrieben und blieb auch beim Umsatz deutlich hinter den Erwartungen zurück. Und am 20. Oktober, also in zehn Tagen, wird es wieder spannend, weil dann präsentiert eben Nell die Zahlen fürs dritte Quartal. Und da hofft man jetzt wirklich, dass es hier wieder besser ausschaut. Was erwarten so die Analysten? Das ist zwar, ich klammer das immer gerne aus, es ist aber trotzdem für die Reaktion wichtig, weil wenn man das übertreffen sollte, dann kann das hier auch mal einen positiven Ausschlag im Aktienkurs geben. Also die Analysten rechnen hier mit einem Q3-Umsatz von 248 Millionen norwegische Kronen ungefähr. Das sind umgerechnet 23,6 Millionen Euro. Und im Vergleich zum zweiten Quartal wäre das eine Steigerung um 35 Prozent. Also sie trauen ihnen schon sehr, sehr viel zu. Aber hier war ja auch ganz, ganz viel Bewegung jetzt in dem Thema erneuerbare Energien. Beim EBITDA standen im zweiten Jahresviertel hohe Verluste. Hier ja in Höhe von 197 Millionen Kronen, so rund 20 Millionen Euro zu Buche. Und die Analysten sagen jetzt für das abgelaufene Quartal einen Fehlbetrag von 170 Millionen Kronen, also rund 16,3 Millionen Euro, also etwas besser. Und unter dem Strich soll zumindest jetzt aus Sicht der Analysten ein Verlust von 0,11 Kronen pro Aktie stehen. Das wären weniger als im Q2 das ausgewiesene Minus von 0,18 Kronen. Das ist mal so die grobe Planung, wie gesagt. Und ich bin mal gespannt, was die Zahlen am 20. für uns bereithalten. Das ist wirklich ein spannendes Datum, falls ihr auch in Nell Asa investiert seid. Das müsst ihr euch in eurem Kalender anmerken. Dann ist aber noch was ganz Cooles passiert. Und zwar erhält Nell Asa Finanzmittel vom US-Verteidigungsministerium für ein Projekt zur Entwicklung von kostengünstiger Elektrolyseure. Ganz coole Sache. Und zwar Nell Hydrogen US. Das ist eine Tochtergesellschaft hier von der norwegischen Nell Asa. Die haben eben vom Verteidigungsministerium eine Finanzierung in Höhe von 5,6 Millionen US-Dollar zur Beschleunigung eben der Entwicklung von einer fortschriftlichen Elektrolyseure-Stapel erhalten. Und es ist ein 19 Monate langes Projekt. Und da möchte Nell Asa eben gemeinsam hier mit dem amerikanischen Forschungsinstitut Engineering Research and Development Center das Ganze umsetzen. Und man soll wohl die Betriebs- als auch die Kapitalkosten bei der Wasserstoffspeicher und auch die Resilienzanwendungen, die sollen hier gesenkt werden. Das heißt, im Insgesamten kann man sagen, soll mit diesem Projekt eine kostengünstigere Möglichkeit geschaffen werden. Und das ist eine richtig coole Sache. Man freut sich ja auch über die Finanzierung. Also man bekommt ja einfach nochmal ein kleines Sümmchen on top. Und möchte da Hand in Hand zusammenarbeiten. Also ich bin mal wirklich gespannt. Ihr könnt mir jetzt auch mal gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr Nell Asa in eurem Depot habt. Dann springen wir jetzt hier auch mal wieder rüber zum Chart. Der schaut momentan nicht gut aus. Wir haben hier aber wirklich eine große W-Formation, wie man es immer sehen kann. Wir sind jetzt wieder wirklich auf einem absoluten Tiefstniveau angekommen. Ich denke, hier sollte der Kurs jetzt nach oben abprallen. Sollten wir jetzt wirklich signifikant nach unten durchschreiten, dann können sich hier nochmal neue Boden bilden. Also dann kann es wirklich nochmal tiefer gehen. Aber wir sehen hier in der Vergangenheit, die haben die 1,10 Euro bzw. 1,08 Euro hier ganz, ganz gut gehalten. Also sollte der Kurs jetzt wieder nach oben abprallen, dann scheint es hier wirklich eine ganz, ganz starke Unterstützungszone zu sein. Aber die 50- und die 200-Tage-Linie hier bei 1,40 Euro ungefähr sind natürlich deutlich entfernt. Die Langfrist-Aussichten, glaube ich, sehen bei Nell ganz gut aus, weil die Auftragsbücher an sich sind gefüllt. Die Aufträge sind da. Aber Umsätze fließen auch. Man muss halt hier jetzt wirklich endlich mal signifikant in die Gewinnzone rutschen. Also nicht immer mal zwischendrin gewinnen und dann wieder nicht. Für mich ist es einfach immer noch ein Wachstumstitel. Man muss hier einfach schauen, vielleicht mal so mit dem Hinblick auf die nächsten 10 oder sogar 15 Jahre. Und ich denke, dass in den nächsten 4 bis 5 Jahren Gewinne geschrieben werden könnten. Wir schauen uns das Ganze aber nachher auch gleich in den Jahreszahlen zusammen. Also wie gesagt, aktuell stehen wir bei 1,08 mit einem Minus heute von 2,74%. Ja und bevor ich jetzt auf die Zahlen zu sprechen komme, schaut unten gerne mal vorbei. Da habe ich euch Canoil verlinkt. Ein richtig cooles Tool für Geschäftsberichte und für die Sentiment-Analyse kann ich euch wirklich nur empfehlen. Denn es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, wie ähnlich die Geschäftsberichte in den vorangegangenen Jahren zu den heutigen sind. Und je näher nämlich da die Übereinstimmungen sind, desto höher ist oft auch die Renditeerwartung. Also das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ihr habt hier auch den Unternehmensfinder dabei, ihr könnt das Premium-Abo einfach mal 14 Tage kostenlos testen. Ist ein richtig cooles Tool, nutze ich es selber auch und kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Also gerne unten mal in der Videobeschreibung vorbeischauen und mal bei Canoil reinklicken. Ja und dann schauen wir uns jetzt auch schon hier direkt den Wachstums-Check an. Und der schaut eigentlich für mich ganz okay aus. Wir haben ja 8 von 15 Wachstumspunkten. Wir haben ein Umsatzwachstum von ca. 33%. Im Durchschnitt auf die letzten zwei Jahre von 20,45%. Und im Quartal gegenüber dem Vorjahr von immer noch 14%. Also rein vom Umsatzwachstum schaut es hier wirklich sehr, sehr gut aus. Die Performance auf die letzten drei Monate, also im Trend, schaut nicht so gut aus. Minus 18%. Ist aber glaube ich einfach gerade der Gesamtsituation geschuldet. Und weil das Unternehmen einfach momentan auch hier noch nicht gewinnbringend ist. Also es hat viele, oder die letzten Q2-Zahlen haben vielleicht ein paar Investoren auch verunsichert. Auf 12-Monats-Sicht haben wir minus 14%. Also auch da immer noch im Minus. Und der Abstand zum gleitenden Durchschnitt, also zur 200-Tage-Linie, die wir gerade eben gesehen haben, liegt bei ca. minus 19%. Was gut ist, ist Börsenwert im Vergleich zur Verschuldung. Also die Kapitalaufnahmefähigkeit, die liegt ja bei 108,26. Und die ist wirklich völlig in Ordnung. Also die kann sich sehen lassen. Das mal alles in allem zum Wachstums-Check. Und hier wie gesagt 8 von 15 Punkten. Dann schauen wir uns hier auch noch den Qualitäts-Check an. Der schaut natürlich hier überhaupt nicht gut aus. Was wieder gut ausschaut, ist das Umsatzwachstum auf 5 Jahre mit 50% und auch die Stabilität vom Umsatzwachstum bei über 97, sogar knapp 98%. Die kann sich sehen lassen. Aber Profitabilität, ihr seht es, also eine Minus-Eigenkapitalrendite und natürlich auch eine negative Nettogewinnmarge, weil wir die schwarze Null ja noch nicht schreiben. Was für mich hier aber ein ganz, ganz wichtiger Wert ist. Und deswegen habe ich euch hier trotzdem den Qualitäts-Check mitgebracht. Auch wenn wir nur 4 von 15 Qualitätspunkten haben und der Bereich momentan mehr auf Wachstum liegt, haben wir hier nur eine Finanzverschuldung von 2,6% und das ist schon wirklich enorm wenig. Also das ist ein richtig, richtig guter Wert. Das heißt einfach, bei Krisen beutelt das Unternehmen nicht so stark. Und genau, deswegen kann da von LASA auch profitieren. Das ist für die Langfrist-Aussichten auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wie gesagt, 2,61% Finanzverschuldung. Das mal hier alles zum Qualitäts-Check. Und dann gehen wir hier noch auf die Jahreszahlen natürlich über. Da seht ihr auch, dass wir schön bilderbuchmäßig im Umsatz weiter steigen sollen. Bis 2024 sind leider immer noch keine Gewinne prognostiziert. Ich denke mal eben so in den nächsten 4 bis 5 Jahren, also vielleicht bis Jahr 2,26% aller spätestens, dass da irgendwo Richtung Gewinnmarge gezielt wird. Vielleicht auch schon vorher, aber es ist mal für die nächsten 2 Jahre leider, leider noch nicht geplant. Aber man kommt hier besser weg. Ihr seht, die Umsatzrendite soll dieses Jahr bei minus 82% liegen. Bis 2024 nur noch bei minus 21%. Also man will sich hier deutlich steigern. Auch was das Betriebsergebnis angeht, seht ihr, will man sich doppelt verbessern. Auch mit dem EBITDA. Und der Umsatz, der steigt aber schön weiter an. Letztes Jahr bei 798 Millionen norwegischen Kronen. Dieses Jahr soll man bereits bei 959 liegen. Und bis zum Jahr 2024 schon bei 2,3 Milliarden norwegischen Kronen. Also das spricht hier wirklich für die Umsatzsteigerung. Und man muss hier einfach schauen, ihr seht es auch, Gewinn pro Aktie soll sich stetig verbessern. Und ich denke mal wirklich, man muss hier einfach noch ein paar Jahre Zeit mitnehmen. Es ist ein Langfristinvestment. Es muss nicht aufgehen. Aber Nell Asa hat hier sehr, sehr gute Chancen, weil die Auftragsbücher gefüllt sind. Und hier immer weiter auf Nell Asa vertraut wird. Wie gesagt, schreibt mir mal unten in den Kommentaren, ob ihr sie in eurem Depot habt. Dann würde mich natürlich weiter interessieren, welche Aktien wünscht ihr euch? Als nächstes kommt natürlich hier die Plug Power Analyse. Die habt ihr euch ja gewünscht. Das ist auch hier in der Abstimmung rausgekommen. Ich lasse die Abstimmung natürlich noch weiter laufen. Also gerne noch fleißig abstimmen. Und dann werde ich auch schon heute die nächste Abstimmung rausbringen, wo ihr eine weitere Analyse euch wieder aussuchen könnt nach Plug Power und Nell Asa. Wie gesagt, denn ihr bestimmt, was auf dem Kanal gezeigt wird. Ja, und wenn euch mein Video um meinen Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch an dieser Stelle gerne kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen und eben hier aktiv mit teilzunehmen. Würde mich natürlich mega freuen. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Ich freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.